Wir sind ein paar Tage mit dem Camper in Bayern unterwegs und wir nehmen euch mal mit, was wir so alles für Ausgaben hatten. Bevor wir los sind, haben wir noch ein paar Lebensmittel eingekauft für insgesamt 50 Euro. Weil uns noch Campingstudio gefehlt haben, haben wir die für jeweils 10 Euro gekauft. Auf dem Himmel gab es Essen bei der Familie in Nürnberg und eine kleine Pipi-Pause für jeweils 1 Euro. Mit der App Park4Nights haben wir dann einen kostenlosen Parkplatz zu übernachten gefunden und am nächsten Tag ging es nach Dachau. Zum Wachwerden gab es erstmal einen Kaffee bei McDonalds für 1,79 Euro. Und nebenan war ein Action, da haben wir schnell Teller, Gabel, Messer und ein Deo geholt für insgesamt 5 Euro. Zum Kaffee gab es dann noch eine Banane und dann sind wir zur KZ-Gedenkstätte in Dachau. Das Parken hat 3 Euro gekostet, für 4,50 Euro haben wir uns ein Audio-Guide geholt. Danach waren wir tanken für insgesamt 118 Euro und sind weitergefahren zum Kloster Annex. Gegen 15 Uhr sind wir angekommen und hatten Mordshunger, haben uns dann erstmal etwas zu essen gegönnt. Die beiden Brezeln, der Kartoffelsalat und der Leberkäs haben 17 Euro gekostet. Und wir hatten natürlich eine wunderschöne Aussicht. Danach gab es noch für jeden halben Liter Bier für insgesamt 8 Euro. Leider war schon alles zu, wir haben alles noch von außen beobachten können. Wir hatten dann noch im Klosterladen noch eine Kleinigkeit gekauft und sind dann zum Ammersee gefahren. In dem kleinen Klosterladen vorhin haben wir uns Likör und Bier geholt und haben dann den Sonnenuntergang genossen. Der Likör und die beiden Biere haben 18 Euro gekostet und insgesamt haben wir am Tag 220 Euro ausgegeben. Abends hat uns übrigens noch der kleine Hunger für insgesamt 40 Euro gepackt.